Heute würde ich gerne eine Hausarbeit von mir vorstellen mit dem Thema Climate Preserving Measures with Privacy Issues. Also es geht sozusagen darum, Technologien vorzustellen, die uns im Kampf gegen den Klimawandel sehr nützlich sind. Zum Beispiel Navigationssysteme, bessere Koordinationen über Smartphones, Carsharing, Smart Grids, also intelligente Stromnetze und Smart Mieters, die uns in Echtzeit unseren Stromverbrauch angeben und dadurch unser transparentes und Fehlverhalten offenlegen. Und auf der anderen Seite den Problem der Privatsphäre. Dass eben durch immer mehr Echtzeitinformationen, die wir mit unseren Geräten oder mit unserer Umwelt austauschen, mehr und mehr ein bedrängendes Gerät oder eine andere Form annimmt, als wir es bislang gewohnt sind. Und beides sind grüne Themen. Beides sind eigentlich eher linke Themen. Also sowohl der Schutz der Privatsphäre als auch der Intimsphäre ist ein eher linkes Thema. Genauso wie eben der Ausbau von erneuerbaren Energien oder von Technologien, die den Klimawandel bekämpfen. Und somit ist es auch ein grünes Thema. Und was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist, dass man sehr für diese ganzen neuen Technologien ist, dabei allerdings schon ein bisschen die Gefahr für die Privatsphäre, wie wir sie heute sehen, verkennt. Die Arbeit ist jetzt keine akademische Meisterleistung, aber sie zeigt ganz gut auf, wo ein großes Dilemma für die Grünen entstehen könnte. Nämlich auf der einen Seite diese ganzen Technologien, die wir wahrscheinlich brauchen werden, um dem Klimawandel zu begegnen. Und auf der anderen Seite eben die Privatsphäre und die Intimsphäre, die aufgrund von Smart Grids mehr und mehr im Bedrängnis gerät. Ein Beispiel. Die Wissenschaftler der FH Münster waren, glaube ich, waren in der Lage, über schon verbaute Smart Miete das geschaute Fernsehprogramm anzuschauen. Jetzt ist das Haus natürlich schon vom Grundgesetz her ein heiliger Ort. Und da kommen wir dann natürlich im Bedrängnis, wenn die Technologie, die wir nutzen, unser Leben mehr und mehr, zumindest für den Stromkonzern, aber vielleicht auch für andere Menschen, vollkommen transparent macht. Und was ein anderes Problem ist, das hat so noch kaum jemand gesehen, ist, wenn wir diese ganzen Smart Mieters haben, kann niemanden einem verbieten, dass man sein eigenes Smart Mieter an den eigenen Twitter-Account oder den eigenen Facebook-Account heftet und an aller Welt transparent macht, wie viel Strom man gerade verbraucht, wie ökoeffizient man lebt oder eben auch nicht. Problematisch an der ganzen Geschichte ist nur, dass durch Statistiken über einen selbst auch manchmal viel ausgesagt werden kann über die direkte Umgebung, in der man sich befindet, über seine Nachbarn, über Leute mit minimalen Gleichähnlichkeiten, wie man selbst hat. Das heißt, wir könnten langfristig in ein Dilemmata kommen, wo wir Menschen entweder verbieten müssen, etwas über sich selbst preiszugeben oder wir müssten ihnen verbieten, etwas über sich selbst preiszugeben, um die Privatsphäre von anderen Menschen zu schützen. Das werde ich auch noch mal weiter in meiner Bachelorarbeit ausarbeiten oder zumindest versuchen. Aber in dieser Hausarbeit geht es im Prinzip darum, aufzuzeigen, dass wir hier in ein grünes Dilemma geraten könnten. Einerseits zwischen den Technologien, die wir brauchen, um dem Klimawandel zu begegnen und auf der anderen Seite der Wirkung dieser Technologien auf unsere Privatsphäre. Ich freue mich sehr über Kommentare und Anregungen und es wird eine spannende Zukunft. Danke. Danke.